So, heute ist endlich der Tag der Wahrheit gekommen. Wir werden die Nike Air Max kaputt machen und mal so richtig zerstören. Sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat, aber es fällt mir echt mega schwer, mich von denen zu trennen. Das sind meine Lieblingsschuhe geworden. Ich habe die jeden Tag angehabt auf der Arbeit immer, immer natürlich barfuß drin gewesen. Wie du sehen kannst, sind die auch schon total dreckig. Und ich habe sie auch extra natürlich dreckig gelassen, weil mir auch manchmal ein bisschen peinlich geblieben ist. Ich packe einfach alles rein, ne? Auch die abgefahrenen Streichhölzer und natürlich die heilgebliebenen Sohlen, das ist eine Art Denkzettel. So, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den neuen, alten, kaputten Air Max. Und danke, dass ich sie tragen konnte.